Was macht eine Stadt aus? Sind das die Menschen, die in dieser Stadt wohnen? Ich fühle mich nicht als Vereinigter. Ich lebe mehr frei, als ich in Istanbul bin. Wir fühlen uns wirklich hier. Breslau oder Wrocław ist wirklich hier. Meine Brigitte ist in Breslau geboren und hatte die Schilderung ihrer Eltern von ihrem Geburtshaus. Breslau ist eine Stadt für mich, wo ich noch mit dieser Geschichte atmen kann. Das ist mein Großvater. Sie sprach nicht, dass sie Jewish sein. Ich fahre da gerne. Das ist Reise in der Vergangenheit. Das Spannende an der Geschichte dieser Stadt ist, dass sie unterschiedliche Schichten auch in der Geschichte hat.